Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Mal wieder eine Streamaufzeichnung, aber ihr müsstet das mittlerweile gewohnt sein und ich glaube, ihr seid ganz fein damit. Viel Spaß beim Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Danke und bleibt gesund. Viel Spaß. Sie hat Kack egal. Kack egal. Pup egal. Pups egal. Ist ja so. Eigentlich, mich stört das ja auch nicht, wenn ich Streams gucke. Wenn die Leute halt mal aufs Klo müssen, müssen sie halt mal aufs Klo. Aber ich selbst verbiete mir das. Nicht doof. Das ist ja ein cooles Outfit, aber ich glaube, sie hätte mich gar nicht gesehen. Oder? Ich wollte mitmachen. Ich habe mir den ohne mich angemacht. Wieso nicht mein Totem? Es ist total sinnlos gewesen, dass ich jetzt hier hintergegangen bin. Nee, so nicht, Nico. Ihr bekommt 100 Münzen. Also 99. Wow, was hatten die für einen langen Arm. Wenn ihr einen Clip macht, der cool ist. Dann kriegt ihr 99 Münzen. Haben wir Ruin? Nee. Dann beschützt sie aufgezerrte Hoffnung. Sind jetzt gerade alle los? Nee, okay. Es wird nicht. Toll, irgendjemand ist aufgestanden. Die Mech war das, die einfach hergerannt kam. Guck mal, Ace hat auch schon seinen Weihnachtspulli an. Dort hinten ist ein Totem, Ace. Soll ich dir das mal zeigen? Ah ne, ich glaube, sie rennt gerade an der Shack rum. Die Fänge mal. Und jetzt verteufelt der Boden. Oh, wartet mal. Ist in der Garage. Wait, 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 wait. Sie hat die Garage getrapped. Ist dort in der Ecke ein brennendes Totem? Vorne in der einen Ecke kann ja ein Totem sein. Da war ich wieder zu nah dran. Wenn ich dafür draufgehe, ist es so. Ist okay, ich hing noch nicht. Es hing noch niemand. Ist okay, ist okay. Ich werde jetzt weggecampt. Ist nicht okay. Ist das das Halloween-Outfit vom letzten Jahr, was du für dieses Serum bekommen hast? Ich werde euch nur für dieses Serum gelaufen. Sie kriegt jetzt die ganzen Punkte, Leute. Cool, danke. Ich weiß nicht, warum der manchmal Pipo und manchmal Monka heißt. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele Münzen ich habe. Viele wahrscheinlich. Wobei ich meinen Streamer selber nie gucke. Ich habe ja nie Twitch auf, wenn ich streame. Nur OWS auf. Das dürfte nicht als Zuschauer zählen. Ich habe... So viele Münzen. Okay, der vorletzte Jen macht mir wieder keinen Ton. Denn der Shack war noch nicht an, oder? Doch. Ah, der in der Garage. Cool, bleib mal hier. Mach mal Platz, mach mal... Okay, ich dachte, der wird gejagt. Oh, Mann. Ich glaube, ich weißcommunisch dass. Was macht ihr jetzt dort hinten? Lasst euch doch jetzt nicht noch umlatschen. Wir haben es doch fast geschafft. Ich hoffe, Steve geht retten. Steve ist verletzt. Egal. Steve hat das Matrosen-Outfit an. Steve ist cool. Okay, Steve geht nicht retten. Doch, Steve geht retten. Mal gucken, vielleicht wird das ja hier nöt. Dann können wir das gleich beseitigen. Ich zieh den Jen durch, Leute. Für das Team. Wir beobachten das Totem. Kein Nöt. Jetzt umnöt. Ich habe keine Geline. Sie hat alles voll gemalt. Oh Gott, ey, ist das runter? Oh Gott, Steve hast du Geline? Die laufen dort hinten rum. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Ist ja selber gesprungen. Ich hoffe, vorne macht jemand das Tor auf. Na, willst du nicht rein? Steve, dann bleib halt. Stehen. Oh, ey, jetzt weißt du, das T-Bang muss jetzt echt nicht sein. Der Killer hatte schon eine scheiß Runde, da musst du nicht T-Bang tun. So, das war mal wieder eine Runde, wo wir sehen konnten, dass man auch ohne Absprachen gut zusammen spielen kann. Ich habe es schon fast nicht mehr erwartet. Steve hat hier aber auch die meiste Arbeit geleistet. Ich bin die Schwächste aus der Runde, das ist aber okay. Und es war tatsächlich die aufgezerrte Hoffnung, die wir weggemacht haben. Sehr gut. Ja, aber trotzdem. T-Bang ist schwierig. Da ist es auch keine Rechtfertigung, weil der Killer gecampt hat. Ich kann den Killer auch verstehen. Der hat keinen Kill. Der hat drei Hooks bekommen. Der Killer ist auch... Der hat trotzdem viele Punkte dafür, weil wir die ganzen Fallen ausgelöst haben. Aber der Killer, der hat es auch nicht leicht gehabt. Man kann man nicht mehr Dakar die